In der Südklinik hat Ärztin Anna Moschkowitz gerade ihren Dienst begonnen, als eine verunglückte Mountainbikerin in Begleitung ihrer Mutter eintrifft. Diese hat massive Zweifel an der Unfallgeschichte ihrer 26-jährigen Tochter. Mein Name ist Moschkowitz, ich bin die Ärztin. Das ist meine Kollegin Schwester Nicole. Wir kümmern uns um Sie. Ich bin Diana, ich bin vom Mountainbike gestürzt heute. Ich bin noch am Üben. Okay. Wenn das ein Mountainbike war, ne? Schatz. Mama, bitte. Ich bin wieder dasselbe Thema. Wieso sagen Sie, wenn das ein Mountainbike war? Ich glaube das nicht wirklich. Ich glaube das nicht wirklich. Sie hatten in der letzten Zeit immer wieder Verletzungen. Jetzt schon wieder so. Frau Gunther, jetzt leise nach ruhig. Ich bin eben noch Anfänger. Ich lerne so. Mein Freund, der fährt auch ein Mountainbike. Das sagst du immer so. Das sagst du immer so. Okay, und Sie haben sich davon anstecken lassen, haben gedacht, ich versuche das auch mal. Ja. Also die Wunde an sich ist sauber. Sie haben sich hier am Bein und am Elm auf. Also es sieht mir jetzt wie eine Schilfwunde aus. Darf ich einmal? Ja, klar. So, mal vorsichtig die Jacke vielleicht ausziehen. Die Nase. Dürfen wir, ja die schaue ich mir auch gleich an. Dürfen wir einmal ihre Jacke aufmachen? Ja, letztens kam sie sogar mit blauen Augen. Naja, das... Ich kann dir das nicht vorstellen, dass das beim Fahrerstoß ist. Das waren bestimmt diese Themen. Die Mutter zeigte auch bei der Untersuchung der Tochter, man kann sagen, sehr auffällige Episoden, weil sie wirklich manchmal von jetzt auf gleich anfing stark zu atmen und ja wirklich ein bisschen auch nach Luft schnappte. Und das Ganze kam mir doch sehr komisch vor. Also Frau Günther, ich denke, gebrochen ist da nichts. Das ist halt eine Schilfwunde. Ihre Nase möchte ich mir gerne veranschauen. Oh ja, das ist auch noch ein älterer blauer Fleck. Was? Der hat dich bestimmt geschlagen. Tim noch nicht. Mama, bitte, was erzählst du denn da? Frau Günther... Das ist doch... Tim hat in der letzten Zeit immer wieder Verletzungen und das ist garantiert von eben. Mama, Tim ist auf der Arbeit. Der kommt noch gleich. Der macht sich Sorgen. Bitte, der kommt gleich? Ja, der ist auf dem Weg hier. Frau Günther, jetzt beruhigen Sie sich da mal. Bei der Mutter der Patientin war mir aufgefallen, dass sie, man kann sagen, in gewisser Weise allergisch auf den Frauen, die ihrer Tochter reagiert hat. Und auch sonst wirklich sehr aufgeregt und nervös zu sein schien. Dass das alles noch so eine dramatische Wendung nehmen sollte, konnte ich allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Also sie ist sehr schlecht auf ihren Freund zu sprechen, kann es sein? Schon immer? Ja, schon seit ich ihm vorgestellt habe. Okay, ist irgendwas passiert? Ich habe erst gedacht, die kennen sich von irgendwoher oder weiß ich nicht. Ich hatte immer das Gefühl, sie streitet das ja ab. Aber reagiert immer aggressiv auf ihn, wenn er plötzlich dasteht. Das kann man nicht anders sagen. Ich denke, er würde mich schlagen und solche Sachen. Ich würde gerne noch mal mir ihre Nase anschauen. Ihre Jacke können Sie gleich anziehen. Warte mal. Ich bin ganz vorsichtig. Tut du ihn, ne? Ich würde die gerne röntgen. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass die gebrochen ist, aber wir müssen das ausschließen. Das tut meistens weh, wenn man sich die Nase da verletzt hat, aber selten ist das eigentlich gebrochen. Das würde dann eigentlich noch schlimmer aussehen, denke ich. Aber wir gehen auch nochmal sicher. Geht das? Ich habe einen Jungen-Mam, der möchte gerne zu seiner Partnerin. Hallo. Hallo. Hey. Hallo. Alles gut? Hey. Ich bin gestört zum Augenblick. Warum machst du das? Was machst du da? Ich... Du weißt, dass ich noch nicht so ein Profi bin wie du. Schau mal in die Tasche. Günther. Was ist eigentlich nicht? Mama. Was? Was war jetzt? Was war die Rache? Rechseit. Was? 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 Frau Winter? Frau Winter? Was ist passiert? Frau Winter? Ja. Versuchen Sie mal ganz ruhig die Rückatmung. Mama. Frau Winter ganz ruhig. Ganz ruhig. Schön ruhig atmen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles gut? Alles gut? Ganz ruhig. 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 Sie machen das super. Frau Winter. Alles gut? Alles gut? Alles gut. Alles gut. Alles gut machen Sie das? Ich setze Sie sich vorsichtig auf, Frau Winter. Ich glaube, das geht schon. Nein! Gehen Sie mal vorne um die Engel. Nehmen Sie mal vorne. Das ist zählend. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Atmen Sie ruhig weiter, ganz ruhig. Er ist nicht da, er ist nicht mehr da. Frau Günther hatte, kann man wirklich sagen, Glück im Unglück, denn wäre ihr Zusammenbruch nicht hier im Krankenhaus, sondern irgendwo auf der Straße passiert, wo ihr keiner hätte helfen können, dann will ich nicht wissen, wie die Sache dann ausgegangen wäre. Ich höre einmal Ihr Härtat. Ja, nicht erschrecken. Ganz ruhig. Alles gut, Schatz, alles gut. Wir bleiben jetzt liegen. Hat Ihre Mutter, haben Sie sich vor, er krank hat? Nein, nein. Nein, aber Sie haben auch diese Anfälle in letzter Zeit. Wir nehmen Ihnen auch sicherheitshalber mal Blut ab. Das kann ich schon mal machen. Das machst du schon mal hier. Damit stimmen wir mal ein paar Blutwerte. Aber es geht schon wieder, es geht auch. Haben Sie, ganz ruhig, haben Sie auch so ein bisschen... Jetzt geht es dir gut. Ja, Mama, mir geht es gut, aber es passt. Frau Günther, haben Sie auch ein bisschen Enge in der Brust? Okay. In der letzten Zeit immer wieder mal. Okay. Frau Günther, ich würde vorschlagen auch, bis wir die Ergebnisse haben, können, dass wir Sie dann auch hier mal zur Überwachung aufnehmen. Wir sind auf eine ganz normale Station, nur bis wir alle Sachen abgeklärt haben. Ja, aber was heißt das denn nun? Was ist mit Mama? Wie gesagt, das Gute ist, dass Sie jetzt hier ist. Wir werden Sie überwachen, alles abklären, alles abchecken. Sie hatte so oft so eine Panikattacke, so ein schwächer Anfall, keine Ahnung, gegen Tim. Soll ich jetzt Schluss machen? Was soll ich machen, Mama? Nein. Die Tochter von Frau Günther tut mir wirklich leid. Ich meine, sie macht sich hier Sorgen um ihre Mutter. Sie liegt hier und ihr geht es nicht gut. Es ist eindeutig, dass ihr Freund irgendwas damit zu tun hat. Zum anderen hat sie natürlich ihren Freund, der total liebevoll zu ihr ist und den sie ja auch offensichtlich liebt. Man hat wirklich das Gefühl, sie muss sich hier zwischen zwei Menschen entscheiden. Aber das geht nun mal nicht. Aber wir haben da zu diesem Zeitpunkt noch nicht geahnt, dass eine unruhige Nacht auf Frau Günther dazukommen wird. Und ja, das war wirklich nicht ohne. Jetzt gehen Sie erst mal zum Röntgen. Ich kümmere mich um Ihre Mama und dann sehen wir uns gleich wieder. Versuchen Sie, sich zu beruhigen. Wir gehen jetzt erst mal und wir passen gut auf Ihre Mama auf. Die Arztin ist überaus irritiert. Marieles Abneigung gegen den Freund ihrer Tochter ist so ausgeprägt, dass die 51-Jährige offenbar große gesundheitliche Probleme bekommen hat. Sogar nachts kommt es zu einem unerwarteten Zwischenfall. Nein! Frau Günther! Nein! Nein! Frau Günther, gucken Sie mich mal an. Frau Günther, gucken Sie mal. Ich bin Schlösser Amelie, wir kennen uns schon. Beruhigen Sie sich. Alles gut. Oh Gott, ganz tief ein- und ausatmen. Setzen Sie sich mal auf, so ein Stück hoch. Ich hatte einen Albtraum. Dieser Tim, der stand neben mir und hat mich mit dem Messer bedroht und ich konnte einfach nicht weg. Okay. Ich konnte einfach nicht weg. Es ist, dass das schon mal passiert hat, dass sie wirklich, also in echt bedroht ist. Also, das ist so real. Nein, 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 nein. Es ist ja so, dass wir in der Nacht und auch in unseren Träumen Ängste und Erinnerungen zum Beispiel verarbeiten. Gerade bei Frau Günther war das auch so, dass sie das anscheinend ja sehr stark verarbeitet hat. Deswegen war das auch extrem wichtig, dass ich das der Ärztin mitteile. Denn ich hatte schon das Gefühl, dass das zu ihrem ganzen Allgemeinzustand und ihrer Erkrankung beigetragen hat. Bei dem Team, da habe ich kein gutes Gefühl. Okay. Okay. Das verlastet mich so sehr. Okay, das verstehe ich. Wir machen das so. Es ist auch wichtig, dass Sie schlafen. Ihnen geht es ja nicht so gut. Versuchen Sie nochmal zu schlafen? Soll ich Ihnen irgendwas holen oder wollen Sie erstmal versuchen? Ohne? Alles gut. Okay. Es wird wieder. Der Rest der Nacht verläuft glücklicherweise ruhig. Am nächsten Morgen bekommt Anna Moschkowitz die Untersuchungsergebnisse ihrer Patientin, die sie sofort mit Marielle besprechen möchte. Ihnen geht es besser, ne? Ja, Gott sei Dank. Das ist sehr gut. Ich habe die Untersuchungsbefunde mit. Was ist denn jetzt? Da wollte ich mit Ihnen drüber sprechen. Ist das okay, wenn ich offen für Ihre Tatsache spreche? Ja, klar. Okay. Das sehen Sie auch. Wir haben ja, das wissen Sie, ein Röntgen von der Lunge gemacht, um auszuschließen, dass mit den Atmungsorganen irgendwas nicht stimmt. Wir haben Ihnen ja Blut abgenommen. Haben auch nochmal dieses Troponin, also zum Ausschluss eines Herzinfarktes gemacht. Okay. Also kein Herzinfarkt? Nein, das war alles negativ. Ihr Labor? Gott sei Dank. Auch alles unauffällig. Es gibt ja auch manchmal Laborveränderungen, zum Beispiel Nierenprobleme oder Leberschädigungen, die sowas erklären, dass man hyperventiliert. Okay. Auch das liegt nicht vor. Was ist es jetzt? Deswegen tatsächlich wollte ich auch nochmal mit Ihnen sprechen. Ich vermute tatsächlich eine psychosomatische Ursache. Ich habe von der Schwester auch gehört, was heute Nacht passiert ist. Was war denn heute Nacht? Mama, was war heute Nacht? Da war nichts. Mama, bitte, was war denn heute Nacht? Darf ich? Ja. Ja. Ihre Mutter hatte einen Albtraum. Und da ging es wohl auch ganz explizit um Tim, ihren Freund, der sie mit einem Messer bedroht hat. Mama, ich verstehe gar nicht. Das war nur ein Albtraum. Aber Mama, was hat Tim dir denn getan? Okay, warten Sie ganz kurz. Ich habe noch eine wichtige Frage. Sie haben immer gesagt, auch zu der Schwester und mir, Sie kennen Tim nicht. Sie haben sich vorher nie gesehen. Da ist nichts vorgefallen. Er hat Ihnen nichts getan. Ist das richtig? Das stimmt auch. Also ich kenne ihn wirklich nicht. Mama. Nee, Schatz, das ist... Aber was ist es denn dann, Mama? Bitte. Jedes Mal, wenn du Tim siehst, du drehst durch. Du bist nicht du selbst. Na gut, pass auf, ich erzähle es dir. Als ich damals mit ihr schwanger war... Mama, was denn? Du weißt, ich habe dir erzählt, als ich mit ihr schwanger war, musste ich Taxi fahren. Ja, das weiß ich. Und kurz bevor ich aufgehört habe, kurz bevor ich in den Mutterschutz gegangen bin, da hat mich ein Mann überfallen. Oh Gott. Und der hat mich mit einem Messer bedroht und... Mama, das musst du dir erzählen. Und weißt du, der Typ, der sah so aus wie der Tim. Als ich den gesehen habe, da war alles wieder da. Wie damals. Da habe ich die Bilder sofort vor Augen gehabt, wie der Typ mich da festhält und mir ein Messer... Aber warum hast du nie mit mir darüber gesprochen? Ich habe ein Messer bedroht und... Mama... Ich wollte dich doch nicht mehr... Mama... Ich wollte eigentlich nicht, dass du dir überhaupt Sorgen um bist, weil es mir so leid geht. Ich wollte dir doch helfen. Ich würde dir immer helfen. Ich weiß, ich weiß auch gerade deswegen. Aber du weißt, dass Tim ein guter Mensch ist. Tim hat so ein gutes Herz. Ruhig dich. Ich wünsche... Es ist auf jeden Fall gut, dass Sie darüber gesprochen haben. Ich weiß, dass das überhaupt nicht einfach ist. Ähm... Es hört sich jetzt blöd an. Aber das Wichtigste ist, dass Sie das jetzt identifiziert haben. Dass tatsächlich Tim auch der Auslöser dafür ist. Aber... Das heißt nicht, so wie Sie befürchtet haben, dass Sie jetzt mit Tim Schluss machen müssen. Um Gottes Willen, das wollen Sie auch nicht. Sondern es gibt die Möglichkeiten. Ich denke, dass Ihre Hyperventilation, dieses vermehrte Atmen, diese Panik aus... oder von einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung kommt. Dafür charakteristisch ist, dass die Patienten nach einem traumatischen Ereignis innerhalb von sechs Monaten oder, wie man bei unserer Patientin gesehen hat, manchmal auch verzögert, Flashbacks haben. Das bedeutet, sie erinnern sich ständig an das traumatische Ereignis. Sie haben ein Hyperarousal. Das bedeutet, dass sie übererregbar sind. Ständig reizbar sind. Und dass sie ein sogenanntes Vermeidungsverhalten zeigen. Was bedeutet, dass sie alle Situationen meiden, die irgendwie in Zusammenhang mit dem Trauma stehen. Ich würde, wenn Ihnen das recht ist, unseren hausinternen Psychologen kontaktieren. Es gibt da wirklich gute Therapiemethoden, sodass Sie dann auch nicht mehr befürchten müssen, jedes Mal in Panik zu verfallen. Das hätte ich schon längst tun sollen. Weißt du, ich wollte damals so stark sein für dich, weil du warst bei mir. Aber Mama, du kannst doch auch mal mit mir reden. Du weißt doch, wir reden über alles. Ich hatte irgendwie gar keine Zeit damals gehabt. Man kann das tatsächlich auch lange Zeit, wie Sie gesehen haben, gut verdrängen. Und dann gibt es irgendwann eine Situation aus heiterem Himmel und dann kommt das alles wieder hoch. War denn irgendwas Bestimmtes, wo Sie sagen, dass... Bestimmtes... Weil manchmal ist das ja irgendwas... Und dieser Typ damals, ich sehe das noch vor mir, wie der mit der Hand mit dem Messer, der hat die gleichen Tattoos gehabt wie der Typ. Weißt du, dass ich das gesehen habe? Aber Mama, Tim kann das doch nicht gewesen sein, Mensch. Das... Tim ist so eifig. Ist klar, ist klar. Heutzutage sind sehr viele Menschen tätowiert, gerade auch jüngere Menschen. Also da ist ja jetzt natürlich nicht jeder kriminell oder hat eine kriminelle Vergangenheit. Aber es gibt natürlich schon Wörter und auch bestimmte Symbole, auf die man achten sollte. Denn das kann natürlich schon darauf hinweisen, dass jemand ja kriminell ist, eine kriminelle Vergangenheit hat oder einer bestimmten Gruppierung angehört. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ich denke, Sie sollten auch Tim da einweihen, weil der macht sich Sorgen, ne? Er versteht nicht, warum Sie so auf ihn reagieren. Mama, Tim ist total aus dem Häuschen, der weiß auch nicht, was... Ja, der arme Kerl, den habe ich auch unrecht getan, das tut mir auch leid. Ich lasse mich auf jeden Fall entschuldigen. Aber alles gut, das kann man ja besprechen. Es hat alles Zeit, wir helfen dir erst mal. Genau, wichtig ist jetzt erst mal, dass Sie zur Ruhe kommen, dass Sie vielleicht Gespräche führen können und dann wird er bestimmt auch mit da hinzugezogen, ne? Ich will doch nur, dass du wirklich bist. Wir schaffen das schon. Ich melde mich dann bei dem Psycholo, okay, und der kann bestimmt schon bald mal bei Ihnen vorbeischauen und Sie sehen dann auch, das macht bestimmt schon relativ schnell Fortschritte. Mariele konnte das Krankenhaus am nächsten Tag verlassen und hat umgehend eine Therapie begonnen, die bereits erst der Erfolg gezeigt. Mit Tim hat sich die 51-Jährige ausgesprochen. Dianas Nase war glücklicherweise nicht gebrochen. kluft kluft z